Ein weiterer Superheldenfilm, ihr könnt es am Titel sehen, Marvel's The Avengers. Auch leider Gottes ein sehr alter Film von 2012, aber der hat so reingehauen, die Fans waren begeistert und auch ich. Die Spider-Man-Reihe geht bald weiter, ich möchte das nur ein bisschen Abwechslung bringen, weil jetzt jeder nur die Spider-Man-Reihe ist ja auch nichts. Den Film habe ich von Media Markt tatsächlich. Ich fand, ich habe den im Fernsehen gesehen und fand den ja okay, das ist eigentlich ganz nice, den soll ich mir in meiner Reihe anlegen, äh zulegen. Und hat es getan, den Film habe ich auch schon ein paar Jahre hier, nicht am Release, wo der Film eigentlich kam. Oh, schönes Bild, danke Kamera. Ich habe hier aber auch gerade ein Sonnenzimmer, vielleicht merkt ihr das. Voll schönes Feeling gerade, deswegen nehme ich auch jetzt so viele Videos auf, wie es nur geht, damit Mess wirklich die beste Quali da ist. Und sorry, falls ihr einen Rauschen hört, meine Mutter ist am Saugen, ich spiele dahinter aber Musik, dass man es nicht hört. Oh Gott, die kriegt man immer Kacke auf und ich bin mir auch ein bisschen beeindruckt, bevor meine Mutter hier reinkommt. So, hier ist der Film, The Avengers. So heißt es ein bisschen lächerlich, dass ich mich beeindrucken will und ja, ich wohne noch bei meiner Mutti. Aber ich bin nicht so alt, wie es vielleicht aussieht oder klingt, also es ist noch sozial, dass ich bei meiner Mutter lebe. Ich bin auf jeden Fall noch unter 18, soviel sei gesagt. Okay Leute, danke fürs Zusehen. Bis dann, das ist ja auch mal ein paar private Infos, was jetzt so eigentlich gar nicht geplant war. Ja, danke fürs Zusehen. Bis dann, schon, toller Film. The Avengers, Age of Ultron habe ich auch, folgt bald. Und Sith of War habe ich natürlich auch, kein Team. Wird alles kommen, danke fürs Zusehen. Bis dann und ciao. Abo, wenn nett, ein Like, lasst doch da auch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.